hallo leute und herzlich willkommen bei kingdom heart's birth by sleep final mix das muss immer sein ich würde sagen fucke gar nicht lange rum rein da entscheidest du sowas von jetzt wird geträumt leute warum hast du da pause gedrückt ich zeig euch jetzt mal was rohe gewalt ist das ist jetzt karma als frau mit sinistra zusammen oh yeah du kannst jetzt zu ventis einen dimensions jink herstellen das ist das erste was du drauf hast das wichtigste was du drauf hast ja scheiße benutze ich nicht unsere bond schafft das kennt ihr alle leute ja das brauche ich nicht das brauche ich nicht mit sturmlauch aha da war so ein level yes ich bin schon level 1 im ersten part von teiler geil das wirst du bei dir nicht sehen karma ich habe fast drauf komm wie schnell ich jetzt geworden bin aber wie lange bleibt das geht das wieder auf die frisse halt hört das mal an das ist deine beste freundin ich muss sagen die musik die ihr die ganze zeit hört das ist deine beste freundin ich muss sagen die musik die ihr die ganze zeit hört das ist eine der besten soundtracks die ich jemals immer wieder gehört habe stimmst du mir zu kava ja da bin ich nicht alleine du musst es aussprechen das ist dein move ja totaler ass ja totaler ass übertreib halt komplett sturmlauch antigraf hört sich gut aus ich glaube das benutze ich sogar nachdem ich das spiel 3 immer durchgespielt habe jay er mag mich hoff ich auch für dich alter oh hallo nice auto konter alter tschüss ich bin schon fertig ich bin schon fertig ich bin einfach gemastered es ist part 1 ich bin gemastered du kannst jetzt zum malepit wie warum ich sei als aqua oh ha du wirst jetzt wenig als du er ist total lost los und voll zerstört mann Spaß Spaß Leute es kann mal passieren dass darkness euch overkommt das ist aber kein problem hin und wieder musst du mal eine Prinzessin töten also ja du hast jetzt einfach eine Prinzessin getötet ist dir das bewusst mogri habe ich das wirklich getan nein bruder alles klar ich weiß was du durchstellen musst das tschüss tschüss wo kommt der typ dann her haha das fährt eigentlich ich wurde beschworen ich wurde beschworen ich wurde beschworen ich wurde beschworen das haben wir voll vergessen was um dieser Frau zu dienen tschüss tschüss die ist voll ausgelassen was ist das ich war auch nicht im Ebel wo hast du eigentlich Geburtstag am 5.1. jetzt weiß das jeder sind jetzt gerade am 5.3. Geburtstag Leute merkt euch das ok 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 wir stehen jetzt oh ha er meinte er es hieß ja egal der Arm hier oh mein Gott ey bei mir ist das coole mhm blocken und jontan dreht jetzt ruhig hin was macht denn leid es ist doch bestimmt welche oder diese Ecke würde ich einen verstecken auf der linken Seite auf der linken Seite hä wo ist du das bei aqua war noch warte das ist die rechte Seite ah ja oh man musst du mich überdenken das ist ein Schwächchen mhm jach Energiekristal hat sich echt gelohnt jungs jach danke jach 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 ich brauch gar nicht mehr neben ihm ich brauch gar nicht mehr neben dem ich brauch das geil Wo bist du denn? Die Soundeffekte vielleicht? Wenn jemand gegen die Wand fliegt? Bums, 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 Bums Oh, wie konnten wir den übersehen? Wie konntest du den übersehen? Ey, gib mir nicht die Schuld! Ich musste eine Mädel verfolgen, die sich geboxt hat Was hab ich gesagt? Nimm das! Eis in deinen Arsch! Da braucht 3 Jahre um sich umzudrinken Will wir mein Eis spüren? Oha Schön heißer Scheiss Ich schreie die ganze Zeit rum Was? Würdest du ihm eher einen Was? Guck mal, ich würde eher jemanden Damit du die Ladung in die Fresse bekommst Oder würdest du die Fresse bekommen und dabei Oder soll ich die Fresse bekommen und Was ist schlimmer? Ich würde ihm eher einen Was ich jetzt sage Herzlich willkommen zurück beim nächsten Mal Hehehe Hallo und herzlich willkommen bei Kingdom Hearts Final Ace Hä, Scheissverein Birth By What the fuck Was bleibt das in Stahl? Keine Ahnung Du musst jetzt gegen Donkey Kongs Bongos Gegen Lanky Kongs Trompete Und Er spielt Geige Robins Geige? Ahhhh Hey Boy Trötile ins Geige Ah Ha Danke Dankeschön Das hab ich gerne gemacht Das ist ein schöner Tag Schick ihn jetzt Schick ihn so hart, dass er nie wieder blasen kann Er hat ihn visoriert eigentlich, wenn ich ihn schon fertig mache Er hat er auch schon getötet gemacht Scheiss Trötelspeedlen Das war der krasseste Boss den ich derzeit habe Töte Was? Zwergenwald Du zählen oder nicht Ha 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 Alle türkischen Schmerzen da draus Ja So Wo ist das denn ein Skorpion, Alter? Du kannst mir doch nicht sagen, dass das da oben ein Skorpion ist, oder? Ja, das ist doch Man, da links ist er doch oder nicht? Ja, genau Ja, du siehst du wie ein Kraken Da bin ich Du bist genau neben mir Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bist du hier? Da! Du bist da unten ganz wixi! Hä, wie ist sie da hingekommen so schnell? So, du kannst ihn noch nicht töten Was verträderst du hier wartvolle Zeit? Bring mir schnell das Herz der Prinzessin! Tammermil Die ist ja komisch drauf, Alter Ey, du bist so ein krasser Typ, ey Du weißt ja alles von dem gehen Jetzt vertreibst du Rede Rede Ich sag dir Rede Nein Ich hab Rede gemacht Was ist das? 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 Da bist du Oh, da bist du Ich werde gleich bekommen, wenn ich herausgefunden habe, wo du bist. Da bist du Was ist das? Oh, scheiße Aufgenommen Maritur Hojo Woher kenn ich das? Du fliegelst auf dem Schiff Ah, ja Ey Leute, ich finde Sinistra so geil, oder? Was ist das? Was ist das? Soll ich rausgehen? Nein, du kannst ja auch hierbleiben Du kannst Du kannst Das ist die Falle Okay Leute, passt gut auf euch auf, bleibt clean und wir sehen uns dann im nächsten Part Fall 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 Geht das? Geht das? Oh nie Nein, los Unversed Alter, was hat er denn das? Er hat einfach gewonnen Ich dachte, du hast die alle gefinished gerade mit einem? What the fuck, was ist das? Ich habe mich einfach boxen lassen, dann habe ich sie zurückgeboxen Man muss einstecken und auch abliefern Krass, wie du den gefunden hast Er ist einfach tot, Mann Abschlussangriff Nur zweimal Angriffsphase hatte ich bei ihm gerade Das war so satisfying das zu sehen Ohne Scheiß Klar, mein Schaden ist unglaublich Das war richtig geil Das war echt geil Und alles zuzugucken hat wirklich Spaß gemacht Wieso, was geht es hier ab, Alter? Wie geil das? Ist er ein Speedrunner, was ist hier noch? Willst du jetzt noch auch auf die Fresse? Durch deine Gebärmutter, Junge Was? Schatzsuche Einschlüsse Schwert mit ausgeglichenen Attacke- und Magiewerten, aber geringer Reichweite Ich hoffe, die ist gut Vielleicht zum anzubauen Vielleicht zum Schätze suchen Vielleicht zum Schätze suchen Oh War das gerade Schlagserie? Schwertfallserie heißt das genau Und warum konntest du das jetzt auf einmal? Weil ich dich benutzt habe Oh cool Das radioaktive Wasser hier im radioaktiven Garten Guck dich mal bitte ein bisschen um, damit wir die ganzen Thronen hier mitnehmen Das war dein Witz damals in Aqua Ernst? Ja Ich kann mir vorstellen, dass du das gesagt hast Willst du was zum Vergangenheitscover sagen? Bisschen keck Habts gehört, Leute Das weiß ich auch schon Warte, ob ich reingehe? Nein, du kannst nicht reingehen Du hast jetzt immer das Kommandospielbrett freigeschaltet Aber bei Aqua auch so Oder gehst du jetzt echt da rein? Nein Kommandobrett, 100 Jorungjalt Danke Buch Danke für den Lieben Was? Antonia Potter Antonia Oh nein Oh nein Ich kann mich noch an die Bodenwelle erinnern Naja, ich werde wieder alles vergessen Bodenwelle Ein aufsteigendes Erlebnis Ein aufsteigendes Erlebnis Die Hand erhoben Ich hab mir gerade die Hand erhoben Aber das ist ziemlich verlogen Ich fühle mich betrogen Was reibt dich denn auf Bezahlen? Ich möchte gerne malen Ohne Qualen Gather Gather Don't you wish your girlfriend was Huh? Like me? Ich kenn den Text nicht Don't you? Ohhhh What the fuck? Tut mir leid man Das ist nicht so groß für dich Oh du leuchtest radioaktiv Kann das Aqua auch? Kann das Aqua auch? Leucht so lange Radiant Garden Zu wild Zu Zu wild Zu wild Ich hätte nicht gedacht, dass die Ich hab nen Sticker von ihm bekommen davon Was? Schick mal Dann sitzt du dein Maul am Ja Magnera Ich freu mich schon auf die dritte Stufe Wir haben Warum? Du hast das selber gebracht Du hast dir nen Witz selber gebracht Oh sorry Du darfst dich beleidigen Ich halt mich raus Warum? Ja Ich bin es nochmal Der Vater von dem Dreckspiel Ich hatte ein Schlüsselloch Jetzt nehm ich euers Gerade deins Du Bösewicht Wir machen dich kalt Wie kannst du's wagen? Du bist Tränker Scheißte Septikorn Kann ich das machen? Alter Alter Was war das? Es sind gerade zwei Balken weggenommen Er ist einfach tot Die beide sind tot Die können nix Ich lebe so Du kannst nix Oh jetzt kommt unseres Come on Ja Mein Sohn Reche mich Reche mich Zehn Jahre später Mit deinem Typen namens hoch Got'em Blitzsturz kann ich mir jetzt hier leiden Mann wir haben die Part Bane Hör auf dir irgendeine Scheißzahn zu gucken Und bleib stehen Ich will doch nur gucken man Guck dir das dann nach an Tschüss Leute Tschau Das lass ich so safe drin Ha Hallo Leute und herzlich willkommen bei Booooo Das muss ich jetzt halten, Mann! Ja, Spaß, heute! Komm, ich schrocken, okay? Tut mir leid! Herzlich willkommen, Leute, bei Kingdom Hearts... ...Birth... ...Five... ...Sieee, abgejickt! Ja, Leute, das... ...There is a stroke. Ist die letzte Part nicht schon wieder fünf Jahre her? Ich glaube, sechs... ...wahrscheinlich... ...Nach, neile Krampfhörer! Jigg dich doch! Jigg du dich doch! Nein, jigg dich vorher! Nein, jigg dich erst erst! ...Leute schreiben in die Kommentare, weil sie halt erst sich checken... ...Nach mit ihr, oder? Oh, das ist ja verwirrt, während dessen, ne? ...Ja, ja. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! ...G-Jigg! ...Get fucked! ...Dig aber einer ist nervig, Alter! Get absolutely destroyed! Get no-scoped, Alter! So, wait... ...You mean... ...He's not the one, who stole her heart? Hm... Siehst du? Ich war das gar nicht, Karol. Haha, sag doch so sehr und hat alles, was das war? Ja, siehst du, so siehst du auch aus. So ist es. Oh, wie ein Roastachmann drin. Was macht der Typ da hinten? Der Jingles. Wie schau ich so aus, Alter, what the f**k? BOOM! In seine Geldwerferte. Nein, ich hab das für dich vorbereitet, Tera. Nein, Teraaaaaa! Ich hab das für dich vorbereitet. Olympus Colosseum. Arena des Schlimms. Olympus Colosseum? Ich hab keine Ahnung. Was nachgubst du? Arena des Jeux Olympiques. Da sind wir jetzt, Leute. Was redet ihr, ey? Das ist aber links und du hast das... Dann nimm... Du bist ein ... Guck mal, es ist voll dreckig. Wer hat es nicht bekommen? Beim nächsten Part von King Hans. Bei links. Du meinst rechts. Wir waren nicht da. Doch, klar. Du warst auch hier. Schnell erhörterin. Erhörter. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ach, gib ihm auch schon gehoben. Ah! Anderfein, Anderfein, Anderfein! In seiner Anderfein! Oh, nee, er fliegende Jigslist. Ist ja voll cool gewesen, wenn er die besiegt hat, dass er dann mehr Zeit kriegt. Boah, ein rechter! Wenn ein Sandes Auge kommt, ne? Genau, wenn ein Sandes Auge kommt, ne? Genau, wenn ein Sandes Auge, und dann geht die Zeit schneller vorbei, dann nicht. Und dann, was glaube ich für ne Scheiße? Die wurden neu gecheckt bekommen. Maximale JLP gesteckt. Ja! Ja, du? Scheiße, Scheiße! Ja! Das war Dream Drop Distance, Mann. Wo du das auch fattest. Dream Drop Distance? Nein, Dream Drop Distance hat das von hier. They make it double? Ja, aber du... Wie hörst du dieses Tune? Ich weiß nicht. Wie ihn? Warum? Der lügt nicht. Tera Misu. Ich will nicht mehr. Okay, Leute, bevor wir jetzt hier weitermachen... Tera Misu. Ich... ich möchte... Ich stehe mir vor, ein Tera Misu. Ja! Es geht! Oh! Oh! Er hat dir das Schwert nochmal so richtig gegessen gelegt. Ey, Jungs, das war's noch nicht. Wie jetzt? Jetzt fängt das Schmoss alles richtig an. Ah! Scheiße! Nooo! Nein! Reicht doch! Ach, verdammte Scheiße! Und ich hab kein Leben. Alter, was bin ich? Der hat mich gewonhitted, Alter. Holy shit, das wird echt... Alter, Kombo? Mit was denn? Dass wir jetzt ins Disneyland gehen. Und bisschen schonmal auf den nächsten Part vorbereiten, wie dumm der wird. Hm, all lighty! Let's go! Okay, Leute, Gehirn abscheiden, jetzt geht's los! Ja! Probably. Laptop! Auf ihn mit! Disneytown! Disneyland aspects! We liebende Disney. Und mit einem anderen Leute incritten. Was tä away cos the rookies away from us? Es sind wirklich��pt! Fuck my life, fuck my life, fuck it really hard. Ey Leute, habe ich überhaupt die ganzen Tronen-Gelump geholt? Nein. Bitte. Bitte. Ja, hast du. Warte mal, fällt mir nicht ein oder so? Das ist richtig toll. Ey, das sind eine Million Stück, man. Leute, das wird ein sehr, sehr langer Part hier. Die nächste Part wird sehr, sehr langer Part. Bitte auch damit. Don't ruin my hopes like that. Was ist das? Ich habe das, nein! Was war das bitte? Und hallo und herzlich willkommen bei Hentai. Was? Körper mit Hentai. Oh ja Leute. Kingdom Hearts. Bird. Bye. Das ist ein neues Spiel, Leute. Das war jetzt für 34. Final Mix, Leute. Das ist die Final Mix Version. Oh mein Gott. Er hat das einfach gekauft für 1700 Thaler, Alter. So wie ich die PS5 für 700. Willst du das wirklich? Oh nein, nicht nochmal. Nein. Nein. Ich will das nicht nochmal machen. Was kriegt man denn dafür nochmal? Ich habe das voll vergessen. Schießt mit den Früchte, weil er mehr Tore als deine Gegner. Leute, ihr kennt das. Wie wir bei ausgerastet sind bei Kamer. Also. Was haben wir ohne? Cheater. Watermelon. Watermelon. Watermelon instead. Oh nein. Ja. Da unten. Ja. 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 So und der Früchte. Oh. Der hat ihn reingejickt. Ey, die jicken mich vorher. Es ist 12.11. Nein, ey. Was passiert jetzt hier? Warum kriegen wir keine... Ja. Mein Traumer... Der sagt mal. Tennisball. N. Ich bin schüttender. Ja. 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 Na bitte. Ja. Ja. Ja bitte. Ja. Ja, jetzt bist du mal dran, bald, ne? Du hast gleich Wutze. Du kannst jetzt gegen Chip und Chep an. Nee, gegen die Welt ist so klein, so klein. Voller Schiff hochhaus, ich geh aus dem Haus. Ja, ja, ja. Hohoho, 41er-Kombo, ey. Ich hab auch eins. Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei. Drei mal Geschlecht. Schon verkackt, Alter. Siebenhundertsessig Punkte. Du bringst mich! Aaaaaaah! 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 Stürm, du will! Und ich wargst noch die Glocke zu drücken. Ja, wenn ich's verpasst. Von diesen Gitarren-Golsch. Toll, tschüss, wer? Aaaaaah! Daaaaaah! 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 Und das ist ein Blähm? Ein Sticker? Ein Sticker? Lass den Sticker nicht allein! Sticker-San für die Vorlage. Sticker-San! Aaaaaaah! Sticker-San! Nein! Ich dachte, das... Sticker-San! Diese Welt bereitet einem nur Kopfschmerzen. Wo ging's denn nochmal raus? Das auch! Weil du in Koks... Nein! Aaaaaah! Ich weiß es gar nicht mehr... Aber sag schon mal, wohin du! Nein! Nein! Warum drückst du... Mann, das Ding geht immer weg! Und wenn du verließ... Oho! Du wolltest mich jacksen? Nein! Du brauchst du gar nicht! Ich versteck dich selbst! Mal ein Genius, Big Brainerd! Mal ein Genius, Big Brainerd! Oho! Wollte er mich schon wieder jacksen! Ja! Ja! Das kann man nicht sagen! Das war nicht meine Schuld! Jedes Mal wenn du Jackson sagst... Was kackst du? Seins Maul! Jetzt hast du es gesagt! Nein! Okay, Lungs! Ich mach das jetzt! Das ist jetzt mein Moment! Oh! 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 Ja! Oh, er hat's mal weiter geschafft! Nein! Wieso? Nee, jetzt nicht ehrlich! Oder? Ich hab eine Sekunde weggeguckt! Und das war... Boah! Ja! Du guckst du jetzt noch was? Du willst auch was? Komm her und nimm es! Ja! Psch! Oh man! Komm her und nimm es! Take it! Einatmen und ausatmen! Tief einatmen und ausatmen! Tief einatmen und ausatmen! Tief einatmen und ausatmen! Tief einatmen und ausatmen! Und... Nee! Oh! Scheiden Quayster! Ja! Hey Gott, es ist so trocken! Oh yeah! Taro, ich leide dich! Ich will ein Kat von dir! Wirklich, Schnuggi? Ja! Und herzlich willkommen bei Kingdom Hearts! Finally! Fahr mal schnell Auto! Auto fahren, Auto, Auto fahren! Hier bin ich ohne Führerscheinler! Warum machst du so mit mir, Bruder? Komm mal vor einander ins Ziel! EICH! JIGTOR! Hey, was? Was für ein Cheater, Alter! Der HP ist genug zu, Alter! Oh, halt! Was hab ich da gerade gesehen? I've been staring into the darkness! But... That doesn't mean I have to jump in! Der HP jumpt einfach in mich, Bruder! Was labert der? Was hat er gerade erzählt? Alles okay! I'll give you a fight! Warum hast du auf... Hä? Boit me! Okay, Französische Übersetzung bitte! Es ist Profond! Ah! Profond! Interessant! JA! Ich hab das für einen, Bruder! Dieser Voice Over vom Gegner zu Taro hinüber war einfach genial! Super! Mach mal Auszeit hier mitten drin! Ich hab das für einen, Bruder gekürt! Haha, kibbe ich meinen, Dröp! Ja, ich hab das für einen, Bruder! Aie! Oie, was ist die Rappen hier? Oh, okay! HÖNNEB! Oh, ist das für ein? Du, was ist ein Bruder gekürt? Auw! 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 Uargh! 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 Scheiße! Jaaaah! Okay? Okay! Ich hab gerade eine Dreckle! Okay! Ist das nicht euer Ernst, Alter? Stopp! Schon? Jaaaaaaah! Oh nein! Ich wollte da gar nicht rein! Waaah! 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 Pei Imaginaire! Nochmal bitte! Pei Imaginaire! Okay Leute! Das ist die französische Übersetzung! Waaah! Na mal schön speichern Leute! Falls ihr auch gerade spielt, dann speichert! Ich... 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 Oh yeah! Ich muss das wieder cutten! Du musst jetzt aber nicht mehr... Du musst jetzt aber nicht mehr... Du musst jetzt aber nicht mehr... Oh! Kommt da bitte! Jaaaaaaah! Das war dieses Gruselgebiet. Das dritte Gebiet war das... War das Strand... Ich muss schnell zum Schädelfelgen! Ich fand das nicht cool, aber... Ich weiß nicht... Affenbande... Aaaaah! It's over! Right? Ah... Let... Let me... Let me... Let me... Let me... Let me... Right there! Er lebt voll! Where did she go? Oh my god! She? She go? She... Where did she go? She go! Oh my god! I found a secret! Oh my god! Du bist einfach dunkler... Dr. Draco und wie lässt du dich erschrecken? Ich hatte den schon... Wer wird denn gleich erschrecken? She go an meiner Seite! Mit der ich mich auch schreite! Sieht die Dinge anders an als wenn man wie ich ist kann doch nicht so und bleibt sie zweite! Leider gibt es für uns die manche... P-P-P-Pleite! Ich plante die Welt zu regieren! Und Robert zu konstruieren! Doch nichts wollte halten und nichts zum Feiten musste sich die Geschichte aber anders gestalten! Und Kim die so durchgekneite! Hättest du dich sauber verhalten! Doch sorgt man dazu! Wisst ihr was ich jetzt suche? Ich verkaufe mein Super Shampoo! Schau mich spülen und parieren! Die Haare war schon unfrisiert! Hättet mich nicht mehr böse! Wenn ich mal döse! Mussten wir mal verlieren! Oh! Lucky Seven, komm! Ich woll mich zu... Oh! Das ist ein Rap Band für Dr. D. 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 Waffen oder so, keine Ahnung. Finale Mix. Finale Mischung. Die finale Mischung. Das nächste Mal dann mit Erde als Hauptcharakter bis zum nächsten Mal Leute auch treffen. Tschüss. Du hast Sportfreund und kannst zweimal in der Luft dashen. Reicht das? Ne, oder? Doch, das geht. Probier. Ja, genau. Perfekt. HÄH?! Ich wurde von der Truhe gejickt, man. Darauf habe ich Jahre lang gewartet. OOOH! Jetzt wird endlich mal! Er wird jetzt endlich gejagtet! Oh, das hast du komplett verdient. Das hast du so verdient einfach nur. Peter Pan! Wann kommt der aus dem Sonnen? Boah, der kick in die Fresse, Alter. Du bist voll gewesen, um zu cutten. Ah ja, genau. Peter Pan sehen wir genau. HÄHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ? Ich weiß es nicht. Du kannst auch nicht EIN' Job hinkriegen, ne? Wir haben schon mal zwei Sachen bekommen. Drei Sachen bekommen. HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Sie hängt einfach Leute auf! Hä, machst du das nicht? Ja, doch. Oh man Leute. Ich wollte glaube ich hier links. Ich cutte, bis gleich. Ich cutte, bis gleich. Du gehörst nicht mehr zu Virgin 3. Einer von uns drei ist kein Virgin mehr, Leute. Schreibt in die Kommentare. Ja. Was? Und toll dass sie gekommen zur nächsten Folge von Kingdom Hearts Earth Man hört da gar nichts. Alles gefetzt man. Guck mal ein bisschen näher. Wollen wir diese Welt besuchen? Sei doch nicht so. Wollen wir diese Welt besuchen? Ich seh's. Wollen wir diese Welt besuchen? Starte einfach bitte die Cutscene bevor es hier peinlich ist. Dunkleinen Puls benutzen. Willst du mal meinen dunklen Puls spielen? Nur wenn du meinen willst. Du musst nur bitte aufpasst, dass du nicht gegen dieses Kabel kommst. Das hier. Ist es nicht isoliert? Lebe ich noch? Das ist nicht witzig. Nimm das. Das ist 80 mal besser. Ja, schön. Eis, Eis. Oh, die Damage. Ich mag das. Oha. Das ist viel Damage. Nein! Das ist viel Damage auch. Ich mach aber nur das gleiche. Oha, mach aber nochmal. Ich hab sie nicht gesehen. Oh scheiße. Ich hab sie nicht verkackt. Oha. Der ist abgehauen. Der macht den einen Angriff nicht. Der macht mir Angst gerade. Hast du mir Angst anzugreifen? Oha. Komm schon Terra. Oh Terra. Der Abbau. Was macht der da? Als würde ich gegen einen echten Typen kämpfen, Digga. Das ist von der Anime-Battle. Und dann einfach so ein bisschen im Kreis drehen. Da ist ja die Nase so. Komm und. Ach komm. Wo ist die Power? Wo ist die Power, Terra? Da hast du die Power, Digga. Ich wollte die Power. Geiser. Power Gegner. Oh, guck mal wie angepiss ich du auf mich. Guckst du a*****. Ich bin auch mal da. Was bist du so angepisst, Digga? Was ist hier los? Haben sie dir wohl angepisst. Aaaaaaah. Aaaaaaah. I'm gonna f**k your ass more. Oh my god. Ja klar. Aaaaaaah. Ich bin schon mal der erste der Damage bekommen hat. Aaaaaaah. Und du? Aaaaaaah. Alles ok. Was ist los? Steh auf. Was machst du da? Aaaaaaah. Aaaaaaah. Mega Explosion, Digga. Was hast du gerade gemacht, Digga? Das sah voll cool aus. Aaaaaaah. 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 Hör einfach auf zu lachen. Aaaaaah. Du bist Meister oder was alter? Du kannst einfach nichts. 國家 raus und kacken. Aaaaaah. Du musst dich mehr treffen, damit dein Fokus wieder auffüllt, ne? Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Ja, mann, du dreckige Schweur! Ach, komm. Er macht den Rebound auf. Und sie tanken in die Frisse. Das ist so ein Kackbericht, weil ich ein bisschen das... Nimmst du aus der Zeit raus. Gern hier. Ja. Der Halter dieses Kanales, Mikael, ist drive. Zieht leider weg. Und deswegen ist ein Zugang da nicht so leicht möglich oder schwer zu organisieren. Ab jetzt kann man wirklich so sagen, das war die letzte Zeit zusammen und gemeinsam. Dass wir irgendwas zusammen gezockt haben. Das bedeutet, dass Mikael jetzt nur noch die ganzen Genomats-Teile, wer die auf uns zukommen, alleine spielen wird. Leute, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit. Es war nur sehr unnötig, dass wir zwei Jahre für zwei Storys gebraucht haben. Ja, es kam halt eine Menge dazwischen. Heute, es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre, Co-Moderator zu sein. Unsere Ehre, genau. Du warst gar nicht der Co-Moderator. Doch, ich war so oft. Du bist der Spieler heute. Er redet generell, man. Ja, das stimmt doch. Du bist ja der Main-Spieler. Wie sind die Moderatoren? Ja, ich meine generell. Sonst bin ich immer dieser scheiß Nebencharakter gewesen. Hey! Ich war froh, dass du das mit mir gemacht hast. Ja, Leute. Auf jeden Fall, das war mir eine sehr große Ehre, euch hier alles zu präsentieren mit Mikael und Chava. Also, ich bedanke mich nochmal für diese schöne Zeit, Mikael. Kein Problem. Ich bin froh, dass es dir gefallen hat, dass du immer dabei warst. Ich hätte mir gewünscht, noch Kingdom Hearts 3 mit dir gezockt zu haben, weil... Eigentlich bräuchte ich eine Live-Live-Live-Reaction, weißt du? Ja. Ja. Ich hab ja keine Ahnung von Kingdom Hearts 3. Ich bin ja total spoilerfrei. Es wird wunderschön. Es wird wunderschön. Es wird wunderschön. Wunderschön. Da kann ich nur hoffen, dass ihr euch die Parts auch anguckt. Die guck ich mir safe an. Warum kriegst du meine Angst? Ernstes gesagt, ey? Hier. Okay, Leute. Leute, ist doch egal jetzt. Von mir aus. Ist egal. Ich bin raus. Aua. Von mir aus. Ich bin raus. Ich weiß nicht, ob die beiden noch irgendwas Sentimentales sein sollen. Ich bin auch raus, Leute. Nein, ich bin nicht raus. Nee, du musst als letztes nochmal raus. Okay. Los, Kava. Sag noch irgendwas. Ich sag einfach Antelnexte. Bis wiedersehen. An die Zukunfts-Sinistras und Kavas, die das gucken. Ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. MIGA! Au revoir. 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 Au revoir.